Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2, die Anniversary Edition. Ja, es hat sich einiges getan. Seit der letzten Aufnahme. Und zwar... Ähm... Moment. Ähm, 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 ähm... Na, wo ist jetzt der Status? At all? Uh, Status. So, guckt. Ryudo ist Level 24. Vor, ähm, äh, wo ich die Aufnahme beendet hatte, hatte ich fast über zwei Stunden gelevelt. Bin immer zu der, zu den Bagged Plains gegangen und hab diese komischen Sandtypis da, also die Sandtypen besiegt. Und da hat er jetzt von, ist er jetzt von Level 16 auf 24 hoch. Das ist schon ganz schön. So, Elena ist Level 23, sie war vorher Level 14. Das sind acht Level, ne, neun. Das ist schon krass. So, der liebe Warren, der ist Level 23, der war erst Level 15. Sind auch acht Level. Und der gute Marek ist 24, okay, das sind sieben Level, aber trotzdem ist schon herbisch. Ja, die... Upsala. Ähm, Moment. Äh, äh, wo sind jetzt hier die Skills? So, die Skills. Äh, Ryudo hatte Tensegen Slash schon und hat jetzt als neue Flying Tensegen, wenn er das nicht auch schon hatte. Elena hat Nightmare Ball und White Apocalypse. Das ist eine übelst geile Attacke, sag ich euch. Äh, Rowan hat Vitaly Marge neu gelernt und Marek hat Beast King Smash. Der geht voll ab. So, und die ganzen Eggs, ja, ist alles Magie gelevelt und... Ja. Ja. Und beim Buch hab ich Ryudo Life Up und Strength gegeben. Äh, Rowan Toughness. Elena Dash und Skilled Item Use. Item Use. Und Rowan Pirates Ring. So, und die Status, also die Attacke, die, ähm, die, na, die States. Ryudo hat Angriffskraft 237, weiß nicht wie viel er vorher hatte. Auf alle Fälle ist ganz schön viel. Defensiv, also die Abwehr ist 169. Action 92, Move 89. Ja, 158. Rowan hat viel Verteidigung. Und Marek hat zwar hat 4, damit hat Ryudo mehr Angriffskraft als... Das ist schon krass. So, jetzt können wir weitergehen. Wir sind ja letztes Mal hier weitergelaufen. In der Sackgasse. Ja, wuh, wuh, wuh. Nur als zweitmal weiterkommen. So, forward, forward, forward. Gibt's hier was hier hinten? Ja, hier ist was. Healing Herb. Okay. Ja, ach. Muss man da jetzt wieder langlaufen? Nee, geht's zurück, oder? Ja, ach, Mensch. Noch in die andere Richtung. Ah, geht weg. Nein, andere Seite. Überlichter machen, was was bringt. Das haben wir besser gesehen. Irgendein paar Augen. Irgendein paar Augen. Purrfing, help. Wuh, ich weiß, wo ich langgehe. Nein, ist aus der Sackgasse. Ich glaube, hier geht's weiter. Da ist ein Frosch. Frosch, wuh. Frosch und Typ. Geh weg. Mach an und schüss. Genau, da geht's rein. Ohne Kämpfe, wow. Ohne Kämpfe, wow. Wow. Ähm. Ja, jetzt bin ich ins Dingsmenü gerutscht. Das ist irgendwie noch ein Bug von dem Spiel. Keine Ahnung. Okay, Moment. Wir sind schnell wieder dort. Ah, Mensch. Das hatte ich auch schon, wo ich privat gelevelt hab. Also, offscreen gelevelt hab. Da bin ich immer in das Dingsmenü gefallen. Also, ist ja nichts passiert weiter. Also, nichts jetzt. Ereignisreich. Wollen wir mal die ganze Fackeln anmachen. Okay, ist jetzt mal jetzt ein Kampf aus? Okay, da geht jetzt. Und guckt euch mal die HP-Zahlen an von Ryudo. So, 1.725. Das ist krass. Die Monster machen uns nicht mehr viel Schaden. Ich glaub, dasselbe kann erstmal so bleiben. Okay, das Kämpfen geht wieder. Ja, natürlich nochmal neu einsammeln. Oh, jetzt gerade rausgeschmissen worden. So, gibt's hier auch noch was? Außer ne Sackgasse. Äh, nein, geh weg! Wah! Bussi! Bussi, dann! Bussi, dann! Inga gang, jo! Wah! Hilfe! So, hier ist das andere. Dieses Purifying-Hoop. Naha, tschüss! So. Na, gibt's hier rechts noch was? Na, gleich nochmal gucken. Na, bleibst du stehen! Bäm! Na, toll. Los, Marek! Yeah! Juhu! Oh ja, Geld! Oh, Geld, Geld, Geld! Einhoffen! So, jetzt geht's da weiter. Hab ich vorhin nochmal Geld gesehen! Genau da bei denen. Oh, gerade noch getroffen. Nein, das lässt du. Holy ashes. So, da war nämlich noch Geld. Oh, schon wieder 1200. Noch was? Oh so, wow, komische Geräusche. Hä? Need you cave 1? Ist das richtig oder falsch? Ja, richtig, okay. Da ist ein Ring. Reflection Ring. Mitten da reingestellt. Mhm. Ah. Eine Bombe. Eine Morgabe-Bombe. Na, kommt her, ihr Frösche. Hier steht alle total cool da. Nein. Oh, musst du wegrennen. Quatsch. Autsch. Autsch. Oh, jetzt noch Blatt machen können, Rowan. Marek ist schon wieder Level ab bald. Und Rowan auch. Autsch. Mann. Geht weg. Ey, es lohnt ihr hier vorne rum. Testen wir mal Quake aus. Halt. Erst. Erst Elena. Na. Okay. Babababam. Kaputt. Es ging ja schnell. Halt. Ich hoffe, wir werden sicher hinterher sein. So, jetzt endlich mal links, rechts. Oh Gott. Halt. Hier geht's wieder ins Ziel. Links. Hier links war's. Äh. Nee, Sackgasse. Okay, das ist die andere Seite von der, wo wir herkamen. Gut. Dann können wir ja hier rein, wieder. So. Ins nächste. Oh Gott. Das ist ein großes Gebiet. Ah. Wow, was sind das für die... Oh mein Gott. Neue Gegner. Och, du Schande. Sind die stark, ey. Aber unsere Feuersäule ist auch stark. Nein. Bam. Geh kaputt. Au. Oh. Ich hab jetzt den Schaden gesehen. Nein, ich habe voller Hohlmacht. 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 Schnell, bevor die was Dummes anstellen. Hier geht's. Ah, das sieht nicht so besonder aus. Egal. Los, die Feuersäule. Nein. Dann steh. Steh. Okay. Ah. Mensch, ist Elena schnell. Und Rowan level up. Uhu. Oh Gott. Es sind Geräusche hier. Oh, tschüss. Nein. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Wo geht's überlang? Halt was da vorne. Oh. Steht hier? If you wish to open the portal, like the red, blue and green candlesticks. Ah! Hilfe! Nein! Lass mich in Ruhe. Ah, was ist denn hier? Kaputt. Hä? Jetzt hin, der hier. Ne, aus der Tür rein. Erst dass das verschiebt. So, oh, da hinten ist noch was. Erstmal die Brücke machen. So. Ah! Hilfe! Geh weg, Mann. Dieses Rote. Schon wieder. Ah, nein, geh weg! Ah! Geh weg, du Typ! Komm schon nicht vorbei. Nein! Rutsch! Ah! Verdammt. Das hat nicht geklappt. Nein! Dammit! Die stellt Unsinn an. Okay, 34. Oha! Nein! Ach du, Typ du! Ich hab dich nicht mehr angegriffen! Moment, äh, 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 äh. Mach mal Wind. Bleib stehen! Hoeslash! Ah! Mann! Nein! Hihi! Machst du schon wieder Gravity? Äh... Das ist... Das ist bekannt aus Final Fantasy... Nee, nicht aus Final Fantasy! Quatsch! Das ist ja bloß ran... Das ranziehen! Das andere Gravity ist ja... Die Hälfte um HP... Äh... Verringern. Okay, jetzt noch das auf Final Fantasy. Nein! Bleib stehen! Geh kaputt! Geh doch. Jawohl! Jawohl! Puh! So, wir fahren natürlich kurz aus dem Raum raus. Genau, dann geht es wieder zurück. So, dann gehen wir nochmal da hin und schieben das... Da hin! Los, Ryudo, noch ein Stück! Oh, das reicht! Und der Puffnut! Naht! Ein Puffnut! 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 Hier geht es wieder raus. Okay. Können wir eigentlich machen, so. Gab es links? Waaah! Hilfe! Nein! Geht weg! Gibt es hier links noch was? Warum hier links? Nee, warum hier links? Entschuldigung, kein rechts! Waaah! Mann! So, da noch! Da war das letzte Ding! Halt! Machen wir sie alle kaputt! Ha! 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 Hardly worthy of my notice! Und das ist blau! Der Meil 3 zum leuchten gebracht! Aaaaaah! Ha! Ha! So, das ist blau! So, natürlich, das letzte dann auch... ...davone aktivieren! Gelb noch. Noch einmal. Boah. Geht auf. Hurra. Boah. Kleine Cliffs. Da vorne ist ein Speicherkegel. So, wir machen jetzt aber noch keinen Cut. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich weiß, jetzt kommt zwar, denke ich mal, ein Boss. Weil... Speicherkegel sagt immer... Achtung, Boss. Oder so. Hey, ist doch ein Seal of Kranos. It stinks. The smell of ruin. Of decay. Das war im Gamja-Tower schon mal. What the devil is this? This is a Seal of Lord Kranos. It is used to seal in a piece of Valmar. Jop. Genau. But this seal is broken. Could whatever was sealed have left here? Ryudo, the culprit in this crime is not your brother. Oh, Alter. Mann. Oh, Elena. Right. We're dealing with a piece of Valmar here. Ah, Millenia. How dare you, you miserable. I won't stand being eaten. Great. She's back. What? What just happened? Oh, is that you, Miss Millenia? We meet again. Miss Millenia? So now you get to meet my friends. Come over here. I make you mine. Batch. Come on. Chase after him. That thing's the cause of all of it. It is so vague, you. What are you referring to? Forget it. Just go. Okay, können wir nochmal raus. Ja, gut. Dann kann ich nochmal speichern. Okay, ich dachte, es geht geil los mit dem Bosskampf. Aber dann kann ich hier nochmal einen Cut machen. Oh, Millenia ist Level 24. Ja, wie Elena, gell? Und, äh, ja. Dann machen wir einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei dem Bosskampf. Dann bis zum nächsten Mal.